Hallihallo allerseits und herzlich willkommen zurück. So, noch ein bisschen Sand holen. Was soll das bloß nicht da reinfahren? Sandhube. Bisschen Sand holen und dann geht's zurück. Bisschen Sand holen. So, muss reichen. Auf geht's. So, hier ist der See. Mal gucken, ob ich da gleich reinfahre. Das wird mir nicht auch noch so fehlen. Wow, ich sag's auch noch. Schnell raus hier. Raus hier, komm. Komm. Boah. Das war mehr als knapp, ey. Mal gut, dass der Motor unter Wasser tauglich ist. Das hätten wir arge Probleme bekommen. So, mal parken. Das sieht ja cool aus mit dem Sonnenaufgang da, ne? Richtig schöner Sonnenaufgang. So. Zack. Hier kommen jetzt mal ein paar Steine schon mal wieder rein. Gleich wieder. Zack. Zack. Dann nochmal ein paar. Komm, ich will gar nicht geizig sein hier. So, Zement. Zement. Zement, zement, zement. Da, zack. Anstellen. Gut, dann. Das sei das. Das, das. Das kann auch immer ein. Hatt' ich das verwortet? Ja, hatte ich. Okay. Können wir auch mal echt drüber nachdenken, ne? Das zu bauen. Eigentlich müsste ich das sowieso irgendwie mal viel mehr verwenden. Ich verwende das alles viel zu wenig. So, das sein, das da rein. Dose. Ne, die kommt da gar nicht rein. Die Dose gehört da mit rein. So. Jetzt sieht das hier ganz auch schon wieder ein bisschen aufgeräumter aus. Zack. Dann. Die hierher. Stahl, 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 Stahl. Da, Stahlgerüst. Oh, 100 Stück könnten wir machen. Boah, sagen wir 80 Stück jetzt mal hier. Die schmeißen wir nochmal an. Dann. Zack. Ich weiß gar nicht, was ich da anstellen wollte. Die drüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ja, mal gucken wie wir das hier letzten Endes alles zusammenbauen und zusammenbasteln Ich weiß noch nicht 100% wie das hier wird oder wie wir es machen sollten Ich bin auch am überlegen ob ich eventuell hier tatsächlich schon einmal das ganze unten durchballern würde Ah, das ist ja Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Also ich glaube einfach mal, bei Ihnen sollten wir ein bisschen im Wasser halten. Nee, ist nicht so geil. Oh, jetzt spült es nicht aus wie hier, nee. So geil. Oh. Sprit, wir brauchen Sprit. Da ist ja auch noch Eisen, wa? So, hier ist mal ein Stützpfeiler hinsetzen, würde ich sagen. Zack, einmal Joch. Zack, 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 zack. Und hier rüber. Äh, da ist mein. Oho. 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 Können wir ja fast schon... Oho. 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 Können wir auch noch irgendwie Zinkranister raus machen. Gut. Oho. 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 Das ist auch nichts mehr los irgendwie, ne? Ich mein' so Zombie mäßig, dass sie mal auf Besuch kommen oder so. Oh, gar nichts mehr. Ja. So, so mehr. Das weiß man. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das nimmt ja wirklich keiner. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nope. Das war's für heute. Junge, Junge, Junge. Das ist auch eine Konstruktion hier. Das war's für heute. 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 Versorgungsflugzeug Zack da gehen wir erstmal hin Gucken wir es da so schönes gibt Wo ist es gelandet? Da Komischerweise da waren wir auch gerade eben erst Da gibt es Platz So und bloß aufpassen auf diese komische kleine Wasserpfütze da wieder Dass sie da auf keinen Fall wieder reinfahren Na? Ups, ups Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hä? Was im Himmelsfall ist das? Hm Muss ich nicht verstehen Komisch auf jeden Fall Naja egal Wir haben den Staff aus der Küste Und das ist erstmal das wichtigste Hey da ist immer noch da rumschweinen War eigentlich auch nicht so wirklich was besonderes drinnen Na? Zack So So hier kommen Essen rein Schluck trinken Boah Das ist doch mal schön hier zu sehen Dass man irgendwie mal so über tausend Eisen Als Reserve verdienen hat Reichlich Steine Reichlich Steine Auch da haben wir eben hin So, Zement können wir nochmal ordentlich anstellen Hier können wir nochmal reichlich Betonmischen ansetzen Sehr gut Und dann könnten wir hier nochmal Stahlgerüst Da machen wir noch ein paar Dinge Aber wir wollen nicht so leicht übertreiben 2 Tante Wo ist sie? Wo ist sie? Da irgendwas haben die doch mit dem Wandstück da Da hat die Horde schon dauernd angeklopft Wer ist mit dem Stück da? Hm? Steht nicht Dun... Mach mal Wiens FÜR YOU So, das Stück haben wir auch schon wieder Muss da noch ein bisschen was weg Dann haben wir es hier auch schon wieder Ihr Lieben Ich würde sagen, wir sind jetzt mal wieder am Ende einer Folge Nächste Folge mal gucken, wie tief wir runterkommen Und dann schauen wir mal weiter Bis dahin jetzt mal Ciao, ciao